Es ist mit hoher Wahrscheinlichkeit eine riesige Sensation, die Fachleute jetzt bei ihrer Suche nach der mysteriösen dunklen Materie im italienischen Untergrundlabor San Grasso aufgespürt haben. Unerwartete Signale, die von bisher nur hypothetischen Teilchen, also vorhergesagten angenommenen Teilchen stammen könnten. Sind die Aktionen die dunklen Materieteilchen die Urheber der Signale oder handelt es sich gar um die Geisterteilchen namens Neutrinos? Beides wären Hinweise auf eine völlig neue Physik. Clixoom Science & Future, hier gibt es dreimal pro Woche spannende Science-Videos. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Nur dann verpasst ihr nichts. Los geht's. Herzlich Willkommen. Clixoom gibt es jetzt übrigens auch auf die Ohren und zwar als Podcast. Die Links zu Spotify und Apple Podcasts sind unten in der Videobeschreibung. Das, was Forschende jetzt in den Messdaten des sogenannten Xenon-1-T-Experiments aufgespürt haben, könnte ein Wink der dunklen Materie sein. Es handelt sich um ein rätselhaftes Signal, das die Fachleute nicht eindeutig zuordnen können. Zwischen Februar 2017 und Februar 2018 kam es wohl zu überraschend vielen Teilchenzusammenstößen mit Elektronen, so heißt es in einer aktuellen Vorabveröffentlichung, die bislang noch nicht begutachtet wurde. Konkret hat der 3,2 Tonnen schwere Detektor Xenon-1-T im Untergrundlabor unter dem Gran Sasso d'Italia einen Signalüberschuss registriert, also deutlich mehr Zufallsereignisse als eigentlich erwartet wurden. Und diese zusätzlichen Lichtsignale sorgen in diesen Tagen für extreme Aufregung in der Wissenschafts-Community, denn sie könnten von den sogenannten Aktionen stammen. Das sind bislang nur hypothetische Teilchen, also vermutete Teilchen, die aber als aussichtsreiche Kandidaten für die mysteriöse dunkle Materie gelten. Laut der beteiligten Forschenden ist es sogar sehr wahrscheinlich, dass es sich um diese extrem leichten Partikel handelt und das wäre nicht weniger als eine echte Sensation. Erwartet werden in einem Jahr 232 Lichtblitze, sie werden durch bekannte Prozesse wie zum Beispiel radioaktive Zerfallsprozesse verursacht. Doch zwischen Februar 2017 und Februar 2018 waren es 285, das sind 20 Prozent mehr als es eigentlich sein müssten. 53 Lichtsignale mehr als erwartet, dazu die italienische Physikerin Elena April in einem Interview mit der New York Times. Die Entdeckung eines neuen Partikels wäre phänomenal. Den Theorien zufolge könnten die Aktionen Milliardenmal leichter sein als Elektronen. Zudem sollten sie nur schwach mit normaler Materie reagieren. Eine unzählige Menge von ihnen könnte beim Urknall entstanden sein und seitdem als dunkle Materie durch das All schwirren. Und so könnten sie bis heute die Gravitation von Sternen beeinflussen. Und nicht nur das. In starken Magnetfeldern können sie sich möglicherweise in elektromagnetische Strahlung umwandeln. Diese Aktionen wurden in der Theorie vorhergesagt, um Ungereimtheiten bezüglich der starken Kernkraft zu erklären. Warum wirkt die starke Kernkraft auf Antimaterie und Materie gleich? Doch nicht nur das. Aktionen könnten mit ihren speziellen Eigenschaften auch die Urheber der dunklen Materie sein. Bisher konnten sie, wie gesagt, aber noch nie nachgewiesen werden. Klar ist, ein direkter Beleg dafür, dass die Aktionen existieren, wäre spektakulär. Denn das wäre endlich die Bestätigung für Theorien in der Physik, die schon seit Jahrzehnten vorhergesagt werden. Auch die Annahmen zur Zusammensetzung der Dinge in dieser Welt würden damit bestätigt. Der mysteriöse Signalüberschuss im italienischen Untergrund-Experiment wäre zwar kein direkter Beleg für die dunkle Materie, doch ein starker Hinweis darauf, dass dieser Teilchentyp häufiger im Universum vorkommt. Dazu der Physiker Adam Falkowski, der nicht an der aktuellen Veröffentlichung beteiligt war. Wenn sich herausstellt, dass das Signal tatsächlich von einem neuen Teilchen kommt, dann wäre das ein Durchbruch, auf den wir 40 Jahre gewartet haben. Dann kann man die Bedeutung der Entdeckung nicht hoch genug ansehen. Für die Vorhersage und den Nachweis eines anderen Teilchens des Higgs-Bosons bekamen Forschende im Jahr 2013 sogar den Physik-Nobelpreis. Der könnte jetzt auch winken. Bei den Experimenten am Xenon-1T-Detektor sind auch Forschende vom Max-Planck-Institut für Kernphysik in Heidelberg, vom Karlsruher Institut für Technologie und den Universitäten in Münster, Mainz und Freiburg am Start. Sie alle suchen schon jahrelang fieberhaft nach der mysteriösen dunklen Materie. Bisher verliefen die Experimente weniger erfolgreich, egal was sie machten und wie stark sie sich bemühten. Auch das Pimpen des unterirdischen Edelgas-Tanks führte bisher noch nicht zum gewünschten Erfolg. Doch jetzt eine Fährte. Führt sie uns vielleicht tatsächlich endlich zur dunklen Materie? Von 2016 bis 2018 hatte Xenon-1T den Auftrag, die sogenannten WIMPs aufzuspüren. Das steht für Weakly Interacting Massive Particles, übersetzt also in etwa so viel wie schwach wechselwirkende, massereiche Teilchen. Man geht davon aus, dass die auch als Schwächlinge bezeichneten Partikel eine große Masse haben, elektrisch neutral sind und eben nur in geringem Umfang mit anderen Teilchen wechselwirken. Doch diese dunklen Materieteilchen sind bislang nur hypothetisch und wurden einzig und allein vorhergesagt, um das dunkle Materie-Problem zu verstehen. Auch in anderen Experimenten weltweit suchte man nach diesen ungeladenen und massereichen Partikeln, die mit normaler Materie nur sehr, sehr schwach wechselwirken sollten. Dabei galt der dunkle Materiedetektor Xenon-1T als äußerst erfolgversprechend, denn er ist auf den Nachweis extrem seltene Ereignisse spezialisiert. Doch bislang konnte keins der Experimente Hinweise auf die Existenz der WIMPs liefern. Den Versuchsaufbau in den italienischen Alpen kann man sich folgendermaßen vorstellen. Minus 95 Grad Celsius kaltes Xenon, ein kaltes und farbloses Gas, befindet sich bei diesem Versuchsaufbau in einem Isoliergefäß. Hier würde sich die Wechselwirkung eines Xenon-Atoms mit einem Teilchen durch ein Lichtsignal zeigen. Heißt also, sobald ein Teilchen von außen eintritt und auf eines der Xenon-Atome trifft, werden Elektronen aus dessen Hülle geschlagen und so kommt es zu einem schwachen Lichtblitz. In der Fachsprache ist vom sogenannten Cherenkov-Licht die Rede. Der US-Forscher Raphael Lang sagt dazu in einem Interview mit dem Tagesspiegel, geladene Teilchen von außen können nicht weit in die Xenon-Flüssigkeit eindringen. Dank dieser Selbstabschirmung bleibt das innere Volumen des Xenons von Störstrahlung frei. Obwohl die Xenon-Atomkerne aus durchschnittlich 130 Protonen und Neutronen bestehen, zerfallen sie nur sehr selten und verursachen daher auch kaum eigene radioaktive Störsignale. Dennoch gab es Herausforderungen für das internationale Forschungsteam. Und zwar Ströme von längst bekannten und somit uninteressanten Partikeln. Und so kam es immer wieder mal zu Lichtsignalen, obwohl kein ungewöhnliches Teilchen auf den Versuchsaufbau traf. Und so halfen sich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler anders und zwar mit einer Art Hochrechnung. Hierbei analysierten die Fachleute, wie viele Treffer es in einem bestimmten Energiebereich geben sollte. Das Ergebnis 232 Ereignisse. Doch die Messungen zeigen ein anderes Ergebnis. 53 Treffer mehr als erwartet und somit insgesamt 285 registrierte Teilchenkollisionen mit einer geringen Energie. Dazu der Münsteraner Physiker Christian Weinheimer, der an der aktuellen Veröffentlichung beteiligt ist. Nur aufgrund unserer extremen Reduktion der Untergrundrate konnten wir überhaupt in dem Bereich niedrigster Energien solch einen geringen Überschuss entdecken. Eine mögliche Erklärung für diesen Überschuss ist also das bislang nur hypothetische Teilchen-Aktionen. Denn der Verlauf des gemessenen Energiespektrums entspricht nach Angaben des Forschungsteams genau dem Verlauf, den man auch für die Aktionen erwarten würde. Dazu heißt es in der Veröffentlichung, die bisher noch nicht begutachtet wurde, die Beobachtung solarer Aktionen wäre ein Beweis für eine Physik, die über das Standardmodell hinausgeht. Allerdings wäre dieser Nachweis allein noch nicht ausreichend, um damit auch die Aktionen als Ursprung der dunklen Materie zu belegen. Den aktuellen Berechnungen zufolge hat diese Theorie eine Signifikanz von 3,5 Sigma. Das entspricht in etwa einer Wahrscheinlichkeit von rund 99,7 Prozent, dass das Signal echt ist. Zum Verständnis, in der Teilchenphysik gilt eine Signifikanz von 5 als Entdeckung. Und das verlangt eine Wahrscheinlichkeit von 99,9999 Prozent. Nach Ansicht der Forschenden müssten diese Aktionen aus der Sonne stammen. In ihrem Umfeld müssten sich demnach bekannte Teilchen in Aktionen umwandeln. Doch warum sind dann manche Sterntypen nicht abgekühlt, wenn dort massenweise Aktionen entweichen? Dafür gibt es keine Hinweise und so ist diese Theorie bislang noch mit Vorsicht zu genießen. Dennoch gilt das Modell, dass die Aktionen für den Signalüberschuss verantwortlich sind, nach Ansicht des Forschungsteams als wahrscheinlich. Doch neben den Aktionen sind noch weitere Erklärungen für den Signalüberschuss denkbar. Auch Neutrinos, die oft als Geisterteilchen bezeichnet werden, könnten dieses Signal ausgelöst haben. Die Signifikanz hierfür liegt nach Angaben der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bei 3,2 Sigma. Auch das entspricht in etwa einer Wahrscheinlichkeit von 99,7 Prozent, dass das Signal echt ist. Und auch das wäre in gewisser Weise eine Sensation. Denn wenn es tatsächlich Neutrinos waren, die für diesen Signalüberschuss gesorgt haben, wäre dies ein Hinweis auf eine neue Physik. Denn das würde dafür sprechen, dass der magnetische Moment der Neutrinos größer ist, als es das Standardmodell der Physik vorhersagt. Jede Menge physikalische Theorien würden damit also auf den Kopf gestellt. Im Klartext heißt das also, egal ob Aktionen oder Neutrinos verantwortlich für den Signalüberschuss sind, beide Fälle wären ein Anzeichen für eine neue Physik. Danach suchen die Forscherinnen und Forscher der Teilchenphysik schon seit Ewigkeiten. Doch es gibt neben den Aktionen und Neutrinos eine dritte mögliche Erklärung für das Signal. Diese ist, anders als die vorherigen zwei, total unspektakulär und trivial. Denn ausgeschlossen ist es bislang nicht, dass auch der Überschuss durch eine seltene radioaktive Substanz in der Detektorflüssigkeit zustande gekommen ist. Geringe Mengen an Tritium im flüssigen Xenon könnten also möglicherweise für das Signal verantwortlich sein. Hierbei handelt es sich um ein radioaktives Wasserstoffisotop mit zwei zusätzlichen Extra-Neutronen. Wenn es zerfällt, sendet es ein Elektron und ein Antineutrino aus. Die Wissenschafts-Community ist sich im Klaren darüber, dass bereits die Zerfallselektronen von sehr wenigen Tritium-Atomen das Signal erklären könnten. Die Fachleute haben deswegen eine neue Berechnung aufgestellt und dabei berücksichtigt, dass ein Teil der Signale vom Tritium stammt. Dann kommt das Autorenteam auf das folgende Ergebnis. Das solare Aktion ist noch immer das Wahrscheinlichste, aber seine Signifikanz sinkt dann auf 2,1 Sigma. Das große Problem, derzeit besteht keine Möglichkeit, das Xenon auf Spuren von Tritium zu analysieren. Denn schon seit zwei Jahren ist Xenon-1T nicht mehr in Betrieb. Er wird umgebaut und Ende des laufenden Jahres 2020 soll sein Nachfolger Xenon-NT an den Start gehen. Die Xenon-Masse soll hier dreimal höher und um eine Größenordnung empfindlicher sein. So könnten dann nicht nur die WIMPs ein für alle Mal aufgespürt werden, sondern auch die Aktionen, wenn sie denn überhaupt existieren. Bis dahin müssen wir uns wohl noch in Geduld üben, um dann möglicherweise endlich herausfinden zu können, woher das Überschusssignal stammt. Bis dahin bleibt alles offen, auch ob es sich bei den registrierten Signalen nicht möglicherweise doch um statistische Schwankungen in den Messwerten handelt. Doch das internationale Forschungsteam ist optimistisch und schreibt in der aktuellen Veröffentlichung, vorläufige Studien basierend auf den Resultaten dieser Arbeit sprechen dafür, dass das Signal solare Aktionen mit Xenon-NT schon nach wenigen Monaten des Datensammens mit einer Signifikanz von 5 Sigma vom Tritium-Hintergrund unterschieden werden könnte. Fest steht, Physikerinnen und Physiker weltweit sind wie elektrisiert. Doch es sind dringend weitere Versuche notwendig. Dazu schreibt ScienceMac, die Signale reichen nicht aus, um den Nachweis eines neuen Teilchens zu verkünden, aber für hochgezogene Augenbrauen. Die hat übrigens auch Lalina Manenti hochgezogen und das Video, The Xenon Collaboration Observes an Excess Events in its Xenon-1T Dark Matter Experiment, das Ganze also noch von einer super Fachfrau erklärt. Also anklicken, anschauen und abonnieren und ansonsten wie immer. Bis dann, bleibt dran!